Hallo ihr! Heute zeige ich euch, wie ihr die Berechtigungen, die ihr einer App beim Download gegeben habt, wieder entziehen könnt. Ihr wollt zum Beispiel nicht, dass eine App euren Standort abrufen kann oder auf eure Kamera zugreift? Das könnt ihr ändern. Zunächst einmal müsst ihr in eure Einstellungen gehen. Dann habt ihr sowohl bei Android als auch bei iOS zwei Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr die jeweilige App auswählen und einsehen, welche Berechtigung sie hat. Dann könnt ihr eine Berechtigung auswählen und durch den Regler einstellen, ob die App auf diese Funktion zugreifen darf. Es gibt jedoch noch eine zweite Möglichkeit. Dazu müsst ihr bei eurem iOS-Gerät in den Einstellungen auf Datenschutz klicken. Ihr könnt dort eine bestimmte Berechtigung auswählen und überprüfen, welche App auf diese zugreifen kann. Hier könnt ihr mit den Reglern den einzelnen Apps Zugriff auf diese Berechtigung geben oder dieses verweigern. Das Ganze gibt es natürlich auch bei Android. Hier findet ihr die Funktion in den Einstellungen unter App-Berechtigungen. Weitere Tipps und Tricks findet ihr auf handysektor.de. Euch noch einen schönen Tag und bis bald! 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 Bis zum nächsten Mal.